Die Schlacht bei Nessus fand im Sommer des Jahres 269 in der Nähe des heutigen NIS in Serbien statt. Vorgeschichte Seit dem Jahre 238 wurde das Römische Reich wiederholt von Einfällen der Goten heimgesucht. In den von kurzen Unterbrechungen abgesehen jahrzehntelang andauernden Auseinandersetzungen wurden große Teile der Balkanhalbinsel verwüstet. Im Juni des Jahres 251 fielen Kaiser Dicius und dessen Sohn und mit Kaiser Herenius E. Truscus in der Schlacht von Apretus, nachdem sie der Goten König Neive in einen Hinterhalt gelockt hatte. Zwar gelang es den Nachfolgern des Dicius die Situation etwas zu stabilisieren, doch sollte es bald zu einer Invasion ungekannten Ausmaßes kommen. Die Goten Invasion des Jahres 267 Im Jahre 267 brachen gotische Herrscharen, begleitet vom Stamme der Herula, vom Nordhufer des Asowschen Meeres mit angeblich 2000 Schiffen und 320.000 Mann in Richtung des Ägäistschen Meeres auf. Dort angekommen, suchten sie die zahlreichen Ziele des Ägäis-Raumes heim, unter anderem Kreta, Reudos und Zypern. Während der Belagerung Athens soll sich, wenn man der Historia Augusta glauben will, der Historiker Dexipus ausgezeichnet haben, dem es gelungen sein soll, eine Bürgermiliz zusammenzustellen und die Invasoren zu vertreiben. Kaiser Gallienus gelang es, im Frühjahr des Jahres 268 den Kriegerscharen der Goten und Herula auf ihrem Weg nach Makedonien am Fluss Nenestos entgegenzutreten und ihnen eine empfindliche Niederlage beizubringen. Doch bevor er weiter gegen die Invasoren vorgehen konnte, wurde er aufgrund der Rebellion seines Herrführers Aureolus, welchen er mit der Sicherung Oberitaliens betraut hatte, nach Italien zurückgerufen, wo er noch im gleichen Jahr einer Verschwörung seiner illyrischen Offiziere zum Opfer fiel. Claudius Gotikus die Schlacht von Nessus und ihre Folgen. Der neue Kaiser, Marcus Aurelius Claudius, brach unverzüglich zu einem Feldzug gegen die noch immer die Balkanhalbinsel verwüstenden Kriegerscharen auf und stellte sich einem Teil. Angeblich 50.000 Mann in der Nähe von Nessus dem heutigen Enies in Serbien, zur Schlacht. Noch bevor es zum Kampfe kam, liefen die Heruler zu Claudius über. Es gelang ihm einen vollständigen Sieg zu erringen. Zwischen 30.000 und 50.000 Goten sollen auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben sein. Dieser Sieg ermöglichte es den Römern, die übrigen auf der Balkanhalbinsel umherstreifenden Goten anzugreifen und zu vernichten.